Heute sind wir als Team Schweiz wieder unterwegs. Wir sind hier in die Zone. Sie sehen etwas anders aus. Wir haben etwas mehr Leute dabei. Staff, Denys, Stock und Pierre. Die Jungs haben wir auch am Schleppbau. Jetzt gehen wir auf Lilleham. Musik 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 So, geschafft. Erst das Hindernis geschafft. Erst das Pre-Game-Practice ist immer ein Hindernis. Und dann das Match gegen Türkei. Das ist unser Werk zu der Allee. Das ist eigentlich ganz heftig. Danke gut. Musik 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 Inspirations Musik 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 Ja, wir geben einen Hick. Ja, ja. Ja, jetzt warten wir da. Die Information nach. Alle warten, bis wir uns wieder bereit machen. Go, 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 go! Das ist eine Beschäftigung. Go, go, go! Go, 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 go! Weg zurück ins Hotel. Heute haben wir Schluss. Wir haben gegen Russland gewonnen heute Morgen. Früher mussten wir aufstehen, um 5.30 Uhr oder so. Die Sonne geht schon wieder runter. Genau, nein, nicht runter, aber schon bald wieder. Und dann haben wir am Abend am Morgen gegen Schweden. Wir sind an der Skisprung. Man sieht sie dann nachher. Freien Nachmittag. Für uns ist das Turnier fertig. Wir haben jetzt 6 Siege, 3 Niederlagen. Und das reicht in dieser Woche leider nicht. So ist es. Schade. Wir probieren es nächstes Mal, bitte!